ja hallo Leute herzlich willkommen zum zweiten Let's Plays Dark Souls 2 1 gegen 1 und wie ich gerade erfahren habe ist diese Saison 2 gesperrt also die zweite Saison gibt es gar nicht nur die dritte also zwei gibt es nicht es gibt und zweite Saison gibt es nicht keine Ahnung weshalb aber ich hab's eben gelesen also ganz die Lieds so probiert mal zu forschen und vielleicht wenn es beim ersten nicht gesehen habe schreibt um ob es in den Kommentaren was wir noch so nicht gehen soll und vielleicht machen wir es vielleicht auch nicht müssen wir gucken wie das so wird und schreibt doch bitte noch in die Kommentare ob ihr noch Wings of Liberty Kampagne sehen wollt oder ob wir direkt mit der Saison Kampagne anfangen und schreibt doch in die Kommentare wer die heute aus der Saison Kampagne spielen soll ich dann oder Marcel und wer die Lensy of the World Kampagne spielen soll das auch nicht Jan oder Marcel das könnt ihr entscheiden so und da geht es auch schon los und der ist Bronze schön für ihn so nicht genügend Mineralien ah nicht genügend Mineralien als Maul WBF Einsatzbereit ich stimme mal darauf dass der wascht also ich hab mich jetzt nicht was nicht passt wird passend gemacht aber davon ausgehen kann vielleicht gucken das ja welche die Star Trek spielen und die vielleicht in 1 versus 1 in der Silberliga oder so sind können die mal bitte in die Kommentare schreiben wie viele Siege man für eine Silberliga braucht nur zu wird mich da nicht interessieren dbf bereit ja bbf einsatzbereit einsatzbereit ich glaube da kann man doch direkt in den Zentralen und scannen ob er gut ist und greifen dann an und wird sich doch gar nicht so schlecht an und ähm so bbf einsatzbereit ausbauen waa einsatzbereit waa einsatzbereit einsatzbereit ich bin schon unterwegs zu der Bahn und wo nicht nur auf das lecker ich sag was die Samus waa es ist auf upgrade durchgeführt nicht Naja, erst einmal müssen wir sowieso rausfinden, wo er denn ist. Ich glaube, dass keiner bei mir abgefällt. Okay, da ist er nicht! Das wissen wir jetzt schon. Da war ein BBF von ihm. Ah, 50 Energie. Der kommt aber auch ein bisschen spät zum Scouten. Ist ja sein Pech. Jetzt geht's rund! So, 50 Energie hätten wir. BBF bereit! Da ist er auch nicht. Dann wissen wir ja, woran nur sein kann. BBF einsatzbereit! Also er wird hier sein. Dann ist er erst ganz am Anfang mit seiner Basis weggeflogen. Habe ich auch schon welche gesehen. BBF bereit! Ganz kaum noch erwarten! Verdichtiger! BBF einsatzbereit! Das müssen wir jetzt anhalten. Das ist so. Das ist so. Oh ja, also gibt's übertrieben. Wenn die Checker fällt, da fällt die Fall. Das ist so. Dann nach, da ran weiter bauen. So. Abfarsch bereit! Aha! So. So. Erweiterung fertiggestellt. Zwei Mato-Durbel, Schock-Munitier, Steam-Facts und Kampf-Schilder. Erweiterung fertiggestellt. Und Marines. Lassen wir es krachen. Jetzt scannen wir ihn gleich nochmal. Los, los, los! So. Vielleicht bilden wir doch einfach mal... ...um gleich... ...bisschen zu ärgern... ...mal... ...sechs Rächer aus. Oh, doch nicht. Wäre ja zu schön jetzt. Also, ich glaube, wir scannen ihn dann nochmal. Auch nicht zusammen weg. Wir sehen, hier hat er nix. Laufen wir auch einfach rein. Wird dann bestimmt schon wieder Ahre ums Panzermann. ...muss... Aha, das soll ich auch mal... ...ich hab schon so lange keine Rächer mehr gebaut. ...wird gemacht. Warum nicht? Natürlich wird erledigt. In Ordnung. Können die auch... Wo er jetzt seine Truppen hat. Ob ich ihn nicht überfragt. Auf ihn. Einer... Aaaaaaaain. Ok, da hat er seinen Truppen. Jetzt wissen wir das auch. Ablau... Jaaa... Das bilde den doch schön aus. Vielleicht... Nichts... Vielleicht... Er sind so mies und kommen von hier... ...wahr mit ein paar mehr. So, das reicht. Oder... Ah, komm... 2G noch mal hin. So, dann... ...werfen wir aber... fertiggestellt. Vorstellung... Abgeschlossen. ...und auch noch mal scheiße... Und dann... ...und stellen wir dafür mal ganz viele Minen hin. Und wir muschen so seinen Alten drin. wirklich viel hat er jetzt nicht das ist jetzt nicht das Problem warum machen wir es denn nicht und die können auch schön Angreifer fernhalten ja ja gleich wird zu lustig ja 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 schau das ist sein das also müssen hier machen um die Akku ich bin und sie gut das ich gehe schon er ist beschwerend du wirst gleich sowieso schon unterwegs Wird erledigt. Nichts, womit ich nicht fertig werde. Sicher doch. Natürlich. Wird gemacht. Los geht's. Oh, das ist alles. In Ordnung. Oh, das soll ich nicht sehen. Ach, 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 ach. Wenn er gleich kommt, bitte hier. Oh, das ist alles. Schon unterwegs. Ich hab das als Eilen gekriegt gekriegt. Wird erledigt. Er kann ja nicht alles rumschließen. So, wie ich nicht fertig werde. Ja, ich geh schon. Oh, yeah, baby. Wird erledigt. Schon unterwegs. Los geht's. Natürlich. So, ihr geht mal kurz an den Feldwart. Ja, wir müssen wissen, was sie dann noch machen. Das lässt sich doch machen. Kapiert. Ich bin schon unterwegs. Von mir auf. Der kann ich nicht bauen. Verstanden? Aber nur ein paar. Ich muss nicht sagen. So, mal wieder mit dem angreifen. Er wird da was bestimmt gelernt haben und da jetzt irgendwie befestigt haben oder so. Vielleicht hat er jetzt hier vorne nichts mehr. Doch, er hat davon auch noch was. hoffnungslos das ist jetzt natürlich nicht so präckert ganz viele kleine Minen was der denn wohl da zusammen macht aufgedankt und einsatzbereit jetzt musste er hinausgehen Mineralienfeld erschöpft ich habe wieder hin vielleicht hätte ich gedacht ich ziehe ihn in der Ruhe ich höre kommt noch was was jagen wir hoch da kommt noch was ein auch nicht mit dem Minen übertreiben das wäre ja mal voll übertrieben hier können wir auch ist ja ein bisschen sicher ein bisschen nur fürs erste ein paar Minen das letzte Mal wo er ja gescannt hatte waren es ja nicht so viele da gibt es aber noch drei nicht mehr ja einer soll es jetzt nur auf 10 von 15 10 von 15 Genau das war mein Plan. Das war jetzt mal ein bisschen Kamerlässe. Das muss doch jetzt nicht sein. Ah, darf doch auch nicht Minen, aber gut. Ja, schon. Und jetzt andere. Wer hat zwar auch hundertprozentig Minen? Deshalb scannen wir. Okay, nein, da kommen wir nicht gegen an. Ne. Oh, will man ja. So, ich noch. Ah, Irene's ausbehöllen. Warte, 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 warte. So, so. hoch hast du ja mein Panzer zerstört dies gesehen habe aber da haben wir uns auf Schirr eingebunkert der andere baut noch mehr Minen also sind sie vielleicht nur ein aber dafür sind BWF-C dafür sind BWF-C immer gut zu meiner Armee hoch Ich bin so was von dabei! Lassen wir es krachen! BBF einsatzbereit! Kann's kaum noch erfahren! Slow und ein Flügel-Halgenfeld erschöpft! Das ist jetzt scheiße! Aber dafür können wir ja... BBF einsatzbereit! Warten! Darf sonst so was sein? BBF bereit! Es geht los! Was liegt an? Er kann ihn nur mit einer Sache zerstören. Das wer er scannt und stellt er vor ein... Waven? Äh Belahrungspanzer. Oder er war zu einem Waven, aber der Waven wird es glaube ich nicht überlegen. Der hat mich hier voll mit... ...mit Minen eingebunkert. So, halt auf die tausende Aralien. Was ist hier ein Partner so ganz in Pinsen? Ich weiß eines Platt! Ein Partner? Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Der soll da sein! Was gibt's? Vorwärts! Hatte ich echt so viele Panzer gebaut? So, was war das? Der jetzt. Und... Den hier auf Ocean. Ah, geil. Ocean. Da war mal was. Jawoll. Ja, ja. Was wichtig jetzt? Warten. Was liegt an? Schlechte Neuigkeiten? So, das haben wir jetzt drei. Mal sehen. Was nicht passt, wird passend hier machen. Wir scannen ihn auch noch mal. Er geht zum Kampf. Da sind laufen sie doch alle. Da sind laufen sie doch alle. Das wird mal ein XP-Match sein. Unsere WBFs werden angegriffen. Nein! Unsere WBFs werden angegriffen. Cool, wir haben sie wieder. Worauf soll ich ballern, Sir? Richtig geil. Stürz, stürz, stürz! Unsere WBFs werden angegriffen. Nein! Die Trollen nicht. Was schärgen wir hoch? Ei, ei! Jeder tut ein Pfeffer! Nein! Cool, er hat mal eine Basis aus. Okay, okay. Cool, keine Basis mehr. Jetzt bauen wir was zum Scannen, aber ich weiß auch, wie wir seine Minen wegkriegen und damit zum Angriff kommen können. Und die, die nämlich, Benchies bauen, das da vorne scannen, dann angreifen. Wenn wir Neuheiten? Wir waren... Ach, das war... Da ist mal den Weg! Da ist mal den Weg! Und ne, die Wex bauen natürlich auch hoch. Aha, diesmal der kann den Mist gehen nicht. Durchgeladen und entsicher! Was ist das Ziel? Worauf soll ich ballern, Sir? Durch ihn laufen! Komm, der hat einfach keine Chance. Ich war eigentlich nur wegen meinem Mieten. Ich bin schon unterwegs. Die Dinger bringen... Ich bin schon unterwegs. Die Dinger bringen... Ich bin jetzt auch schon lange dran hier. Verstanden! Aha! Also... Ich bin aber jetzt auch schon lange dran hier. Ach, jetzt hier auch noch einen zweiten Part. Das hier ist grad schön. Also dann... Bis zum nächsten Part. Also, zweiten Part. Bis gleich! Im nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.